ich wollte heute mal nach dem öl gucken und fällt mir auf dass bei der arretierung hier ein plastikstück fehlt und hier seht ihr noch so ein ring rumfliegen da ist doch tatsächlich was weggebrochen ich glaube da ist jetzt ein öl wechsel fällig oder was meint ihr was passiert wenn dieses plastikteil unten im öl ist